...unermüdlich immer wieder Texte und geübt hat, obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist und die das großartig gemacht hat. Kommen wir zu einem weiteren Aktenzykler. Jetzt 1 Minuten, Brunswick die Familie hierher kommen. Ich freue mich sehr, sehr gut. Ich bin der erste Tag, ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Die Tag! Wir haben ein Tag! Wir haben alle Zeit, wir sind unter dem Tag! Trauer! Heilige Geist! Dankeschön! Ich werde hier auch beerdigt, dereinst, das steht in meinem Testament, weil es die beste Kirche in Bern ist, die offene Kirche, auch eine historisch wichtige Kirche. Also herzlich willkommen hier! Das ist gut! Ich bin sehr froh! 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 Ihr kennt mittlerweile ... …dessen Ehre wir jetzt haben, dass wir Sie feiern können, dass sie da sind. ... habt ihr diesem Projekt gewidmet. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal einen tonnen Applaus für Ludwig Osnambel. Applaus Applaus